Professor Herfried Münkler lehrt Politikwissenschaft und Ideengeschichte an der Humboldt-Universität in Berlin und hat am Anfang seiner steilen akademischen Karriere eine Doktorarbeit über den Florentiner Machiavelli geschrieben, der vor einem halben Jahrtausend Mechanismen der Macht untersuchte. Guten Abend nach Berlin. Hätte Machiavelli eine Beurteilung der Berliner Lage jetzt parat? Vermutlich hätte er gesprochen über Qualità dei Tempi, also Zeitumstände, die sich verändert haben und sicherlich ist im Augenblick eine Situation, in der Frau Merkel aus einer Fülle von Gründen das Heft des Handelns nicht in der Hand hat und das ist eine Situation, in der viele kommen und sich in den Vordergrund spielen und das erscheint als Schwäche, muss es aber nicht sein und Machiavelli hätte auch einiges gewusst über die Differenz von Sein und Schein.